So, drei sind durch, einer davon null, Jule, Jule kommt, Jule, Lüneburg bringt Lüneburgsches Paradepferd. Das ist ganz schön schwer. Mit Delay hätte das definitiv nicht geklappt. Alcasina nämlich, Alcasina, 14-jährige, Tochter des Alcatraz, Rembrandt. Nochmal ganz kurz, was hatte Miri für eine Zeit? Unter 64 Sekunden. Also, keine Veranlassung hier, an der erlaubten Zeit noch zu drehen. Und ganz besonders, wenn man sich diese Runde anschaut, 55, 3,0 Sekunden, Jule, Lüneburg, die hier ein Top-Resultat entgeht. Und damit natürlich auch erstmal schmackig hier in Führung geht.